So, wir kommen zurück zu Let's Play Spongebob. So hat er aus. Ich finde das Sack ist wichtig. Dieser kleine heftige Stier wie Elder. So, das kleine heftige Stier. So wie ein Watzolder Scheiß Ich hoffe sie kann jemand gebrauchen Ich hab so schöne Unterhose Ich hab so kleine Unterhose Die selstigen Tickisee. Ach du Scheiße, ich war noch mehr. Was ist denn so was anderes? In diesen geizigen Tickis kann ich nichts rausrechnen. Oh, Tickies! Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ist das? Was? Das ist das Kino-Lovatai. Ich dachte, du egesst nicht davor, aber Töne höre, Sponchosen abgeschoben Danke, Y'all. Meine Häsning hat gekriegt. Diese Roboter ratzen, ey. Was willst du, Sören, hä, Streberli? Sören-Koppel. Ach, da sitzt viel mit in der Bote, alles klar. Welche Hunkig sind denn die Sachen hier raus, ey. Das ist von Pettig und Sand hier geflaut. Wir müssen die Scheiß-Tickies sehen. Diese Dreckstickies. Diese Dreckstickies. Diese Dreckstickies. Die Dreckstickies. Die Dreckstickies. Die Dreckstickies. Diese kurzgerücken Tickies, Alter. Die haben einfach die Fische aufgehangen. Die haben nicht mehr Hände und Beine. wir können die Sachen aufhängen hier dass du Strafversicher aufgehangen habt diese dreckigen kuckuckuckuckten Töckis äh der ist kaputt die stinke Dinger, ja das stinkt Tickies. Eine Bande Tickies ist entflohen.